Musik Der frühe Kemper ergattert den schönsten Stillplatz. Geplant war eigentlich nur ein kurzer Wartestopp. Uns gefällt es aber so gut, dass wir einen Tag dranhängen. Musik Nach viel Zeit in der Ostsee ein Abendbummel im Stadtpark. Das Eichhörchen posiert geduldig. Am Badestrand nehmen die Gänse wieder ihren Stammplatz ein. Musik Und das Haubentaucherpärchen führt ihre beiden Jungen aus. Musik Unser erster Tag in Kotka neigt sich zu Ende. Der nächste Morgen. Finnen sind anscheinend keine Frühaufsteher. Zumindest sind wir die erste Zeit am Badestrand fast ganz alleine. Musik Ein Bummel Richtung Stadt. Und ungeplant landen wir im Maritarium. Hierzu kommt ein extra Film. Und? Und? Musik Musik Untertitelung. BR 2018